Die Künstlerin und Künstler Magda Kravtschewicz ist die Künstlerin, die ich sehr herzlich begrüße. Ich freue mich, Frau Kravtschewicz, dass Sie aus Hamburg den weiten Weg auf sich genommen haben und mit Ihren Arbeiten diese Ausstellung gereichert haben. Vielen Dank für diese nette Ankündigung. Ich muss sagen, ich finde es hier sehr gastfreundlich und fühle mich eigentlich schon fast wie zu Hause hier. Also herzlichen Dank für diesen warmen Empfang. Genau. Tatsächlich ist es so, dass diese Ausstellung hier, dass ich die jetzt heute auch das erste Mal sehe, weil ich jetzt von Stuttgart nicht vorher nochmal herkommen konnte. Das ist ja auch relativ kurzfristig. Und es ist doch ganz interessant, die Dinge im Original zu sehen. Genau, Sie haben schon applaudiert. Ich sage einfach nur zwei, drei Sätze zur Performance, die jetzt folgen. Die bezieht sich auf die Badstube. Ich glaube, viele Wangener wissen es nicht. Es gab einen Brauch. Also wer dreimal in das Badwasser gepfurzt hat, der musste mit dem Popo den Boden wischen. Das nennt sich der Wangener Schlangengang, weil die Leute ja oft angeheitert waren und dann sozusagen in Schlangenlinien da durch den Traum meandert sind. Darauf bezieht sich das. Ich brauche zwei Minuten zum Umziehen. Sie bleiben bitte hier so lang und laufen nicht durch mein Feld. Also bis gleich. Vielen Dank an das Hotel Mohren für das Handtuch. Sponsor immer hier in Stuttgart. Stimmt's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Thank you. You better get out of my way. Okay, solo Robert. Robert, was ist los? I'm going to stop calling me. I'm going to stop calling peace, babe. You better get out of my way. You better get out of my way. You better get out of my way. I'm going to stop calling peace. I'm a crawling gangster. Don't see me out of the floor. I'm a crawling gangster. See me crawling off to the door. Yeah. If you've not seen me crawling, baby I'll get hit no more I want to eat a chicken, I want to eat it more Thank you Thank you Thank you Jura!